Das Ortsschild Bis Mitternacht, bis die Monster kommen, können wir noch weitermachen. Soll ich mal gucken, ob hier in der Nähe vielleicht auch die Paprika liegt und hier schon der Zucker lag? Wahrscheinlich eben gerade deswegen nicht, aber hier ist so viel zu sammeln. Da will ich vielleicht mal schauen. Naja, Reis habe ich jetzt schon wieder bekommen. Aber ich brauche den Reis gar nicht mehr. Genau, da hinten liegt was. Da will ich mal schauen, was das war. Endlich mal. Ich war immer zu faul anzuhalten. Wegwartenhalm. Na dann. Hätten wir das auch geklärt. Dann haben wir unseren Wegwartenhalm, den wir schon immer haben wollen. Halt! Da ist wieder was. Ja, bloß da ist noch ein Wegwartenhalm. Dann drehe ich aber durch. Ein Eichenblatt. Da glänzt was, aber ich kann nicht hingehen. Ah, ich habe das Zuckerrohrhalm. So you clearly love TV. Hey, wollen wir sprechen über die Brüge? Warum? Ich habe mich beschäftigt mit Brüge, Zack. Und da ist noch nicht zurückgekehrt. Remember was wir hier gesehen haben? Wir sind immer wieder auf dem Fahrrad. Wir sind immer wieder auf dem Fahrrad. Wir sind immer wieder auf dem Fahrrad. Wir passen über den Lake Pontchartrain Causeway. Der langst breit über water in der ganzen Welt. Remember the sudden downpour that made it impossible for us to see the road? The rain was so torrential that we couldn't see more than a few miles ahead of us. I'm sure local drivers are used to that sort of thing. They were all going normal speeds. I bet that scene reminded you of a certain film. Or perhaps a certain person. Violent City 1970. Directed by... By... Das werden wir nie erfahren von wem. Defense Seeker. Okay, jetzt lasst uns mal schauen. Ähm... Irgendwo war ein Foto mit der Fabrik... Mit dem Fabrikgelände. Müsste hier sein. Genau. Cool. Aha, warte mal. Da ist noch ein... Nee, warte... Nee. Oder? Nee, da kann man nur speichern. Ach so. Weil auch diese... Ja, da hieß es doch von wegen Graffitis kann man Skate-Parcouren fahren. Skate-Rennen fahren. Aber das ist das einzige Skate-Graffiti, das ich überall in der ganzen Stadt bis jetzt gefunden habe. Komisch. So, das Ortsschild. Das müsste jetzt... Wenn ich mich nicht täusche... Irgendwo... Da hinten raus sein. Schauen wir mal. Oder... Es ist hinten beim Friedhof raus, wenn da noch eine Straße entlangfällt. Ich komme mir nämlich auch gerade bekannt vor, dass es der Friedhof ist. Ich bin mir ganz sicher. Das ist ein Lollipop. Das ist ein Lollipop. Und das ist ein Lollipop. Don't mind me, Zack, this is how I wake myself up. Hey Zack, no nothing. Just felt like saying that. This town sure is peaceful, Zack. Yes, I know. I know what you're about to say. But that's why we're here. To protect this peace. Isn't that right, Zack? That is it, I think. Und da liegt die grüne Paprika. Verdammt. Hätte der sein können. Das ist das falsche Schild vielleicht? Nee, richtig. Cool. Okay, nicht schlecht. Neun von zwanzig. Neun erst von zwanzig. Wo könnte dieses Graffiti sein? Ich weiß es leider echt nicht. Das ist wahrscheinlich tatsächlich wieder... Muss ich mal gucken. Ah ja, wisst ihr was? Jetzt fahren wir der Straße schnell entlang nach... ...zum Herrenhaus. Wo mittlerweile alle tot sind. Weil da gibt's einfach was zu holen. Was für eine große offene Fläche mit gar nichts. Ja, das ist Switch-exklusiv. Zumindest momentan. Das kann sehr gut möglich sein. Dass das zumindest irgendwann mal noch am PC rauskommt oder so. Das würde ich... Kein Fall. Aber aktuell ist es Switch-exklusiv. Was habe ich davon? Ich denke mir immer so... Oh, könnte vielleicht eine Abkürzung sein. Und im Endeffekt... Die Straße in New Orleans waren ein mess. All busted up and undergoing maintenance. Die Stadt war gebaut auf einem Schwamm, so die Grund ist soft. All es braucht ist ein heavy Rain, zu cave es in. Da waren auch viele Plätze, wo große tree roots wurden auf die Asphalt und die Sidewalken. Die Bumps waren gefährlich, sogar wenn wir noch ein Auto hatten. Aber diese Stadt ist anders. Die Straße sind alle so clean, dass wir sie nicht so gut gehen können. Die Clarksons wirklich kontrollieren. Die Clarksons wirklich kontrollieren dieses Ort. Für besser oder besser. Es ist ein guter Beispiel von wie ein bestimmte Menschen zu kommen kann auch positive Effekten. Also, Sie finden Sie auch, dass die Souther Menschen sehr freundlich, sogar totalen Menschen? Both hier und in New Orleans habe ich mich amazed an, wie cordial alle sind. Ist es nur die Art, die Dinge sind hier? Sie sicher nicht so sehen, in New York oder D.C. Ich denke, ich bin zu liefst, die Souther Disp... Grüne... Paprika. Ich komme. Verdammt. Irgendwann muss doch... Also, das ist aber auch wirklich... Was ist denn das für ein Quest-Design? Guck mal, wir haben hier eine riesige Map gebaut und irgendwo ist das eine Item, das du brauchst. Das sieht genauso aus und alle anderen Items. Wie glück. Wie glück. wie glück. Ich hab mich vorgestellt, dass der Weib ist aber so weit. Ich wusste nicht, dass der Weib ist aber so weit. Ich wusste nicht, dass der Weib so weit ist. Ich hoffe, ich kann mich nicht mehr in den Filmen sehen. Mein Geist muss mich überlaufen, ihn mit dem Skeletor. Erinnerst du ihn? Ah, ja, das ist es. Scatman Crothers. In 1980, er spielt Dick Halloran in The Shining. Und in 1983, er war in The Twilight Zone. Er spielt den Mann, der all die älderlte Leute in eine strange, neue Welt. Ich wusste es, Zack. Es ist definitiv eine Verbindung hier. Aber er ist ein bisschen zu alt. Scatman ist eher ein Sage-Charakter. Unsere Skeletal-Gentlemen ist ein bisschen jünger. Ja. Ich habe Glück ein bisschen schaden. Das ist der tiefen Süd. Ich fühle es, jedes Mal, dass der heißen Sonne auf mich lädt. Nichts, Zack? So, jetzt lässt mich mal gucken. Foto, Foto, Villa, Villa. Das dürfte schon so stimmen. Ja, genau. Cool. Oh, hey, The Brothers. Ich habe es gar nicht gesehen. Danke fürs Folgen. Hi. Ich drehe mal hier noch kurz eine Runde, wenn wir schon hier sind. Ja, bei mir wahrscheinlich... Bisschen der Luft. Das ist die Welt. Das ist die Heimat. Das ist der Welt. Das ist die Welt. Das ist die Welt. Das ist die Welt. Das ist ein bisschen, der Helsinki. Aber es ist die Welt. Das ist die erste, die wir seitdem gesehen haben. Aber das ist ein bisschen kleiner als die Arial-Lift-Bridge. Seine kleiner Größe wurde wahrscheinlich aufgrund der Größe der Größe. Das ist die tiefen Süd. Ich fühle es immer wieder, wenn der heißen, 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 auf sie. Nichts, Zack? Die Prämonischen sind alle um uns. Genau, das ist eben genau der Punktverdrag. Das denke ich mir auch. Xbox-Titel erscheinen ja scheinbar eh alle am PC. Was ich von Microsoft total cool und sympathisch finde. Und ich würde deswegen schon fast gerne sagen, ja, das ist so toll, ich möchte euch unterstützen. Aber gleichzeitig macht es halt überhaupt keinen Sinn, sich dann die Xbox zu kaufen, wenn man einen PC hat. Aber hey, die verdienen ja eh über die Software, über die Hardware. Du wieder? Hast du nichts besser zu tun? Wenn das Licht brennt, kann man klopfen und die Leute besuchen. Ja, ich bin eigentlich nur hier wegen dem Foto. Es gibt nämlich ein so komisches Zoom-Foto, das kann ich nicht wirklich zuordnen. Und ich habe mich gefragt, ob das nicht vielleicht irgendwo hier... Aber das ist... Das finde ich jetzt ziemlich schwer zu verorten, irgendwie. Das sieht nicht aus wie ein See eigentlich. Eher wie... Sumpflandschaft, aber auch nicht wie hier. Da stehen auch so komische Mangrovenbäume oder so. Schwierig. Aber hier ist es dann scheinbar doch nicht, oder? Da oben steht Album 1. Gibt es noch mehr Alben? Oder wie? Ah. Also hier ist es scheinbar doch nicht. Hier bin ich scheinbar falsch. Gibt es hier wirklich kein Foto für den Händler, äh, für den Krabbenfarmer hier? Sieht nicht so aus. Na jo, dann. Wir tun nach den 24 Stunden, wir schieben die Ohren immer wie von dem Kopf heran. Die Mütze ist auch cool. Ich finde die auch toll. Ich habe die in einem... Ich selber in einem Stream gesehen. Ich schaue... Ich gucke immer gerne, ähm... Awesome Games Done Quick. So eine Wohltätigkeitsveranstaltung, wo Streamrunner quasi Spenden sammeln für Ärzte ohne Grenzen. Oder auch, äh, Prevent Cancer Foundation. Hey, want to talk about bridges? Why? I've become obsessed with bridges. And there's no turning back now. Remember what we saw on our way here? Back when we were driving that hybrid car, before we switched over to the skateboard. We passed over the Lake Pontchartrain Causeway, the longest bridge over water in the entire world. Remember the sudden downpour that made it impossible? Jetzt habe ich eine. Wo müssen wir... Gleich nochmal... Ah ja, hier. So ein blauer Container. Blauer Container, zwei Syncrongebäude. I'm going to try asking you that question again. What do you do when you're at home? Uh, I watch TV and look up stuff on the internet, I guess. Ain't much else to do when you're out in the middle of nowhere. Really? For some reason, I envisioned you working hard to take care of all the chores around the house. Well, of course, I do stuff like that, too. But doesn't everyone? Why bother talking about it? Other kids your age don't help out their parents. They're too busy talking with their friends on the phone or through emails. That's stupid. I don't get... I had this already set up here in the corner, right? But... I don't know. I don't want to talk about bridges. Why? I've become obsessed with bridges, Sack. And there's no turning back now. Remember what we saw on our way here? Back when we were driving that hybrid car before we switched over to this gate. We passed over the Lake Pontchartrain Causeway. The longest bridge over water in the entire world. Remember the sudden downpour that made it impossible for us to see the road? The rain was so torrential that we couldn't see more than a few miles ahead of us. I'm sure local drivers are used to that sort of thing. They were all going normal speeds. I'll bet that scene reminded you of a certain film. Or perhaps a certain person. Violent City, 1970. Directed by Sergio Salim. I only ever saw it on TV when I was a kid. So I don't remember it very well. But I definitely remember that it featured a bridge. A long bridge. During the New Orleans part. That's the one thing I remember. That bridge must have been the Lake Pontchartrain Causeway. And the film starred Charles Bronson. Charles Bronson. Charles Bronson. What an amazing sound. You couldn't possibly find another man whose name matches his appearance so perfectly. Yes, yes. Of course I know that Charles Bronson isn't his real name. Charles Dennis Buczynski. That's his real name. But he's Bronson. Period. Zach, what's your favorite Bronson film? Death Wish? The Magnificent Seven? Rider on the Rain? Or Farewell Friend? They're all masterpieces. But to me, his greatest work lies elsewhere. That's it, Zach. No wonder we get along so well. I don't care what anyone else says. His greatest film by far is Ten to Midnight. Zack, you're a coffee person, right? No sugar, only milk. Yes, I'm completely with you on that one. Oh. One lollipop? Two lollipops? Three lollipops? Don't mind me, Zach. This is how I wake myself up. So, ein Foto müsste hier irgendwo sein. Vorausgesetzt, wir kommen hier über die Stufe. Ach, Gott sei Dank. Puh. Bin ich auch gespannt, wie es mit VR bei der Playstation aussieht, bei Sony. Ob die dann noch Pläne haben, das weiter auszubauen oder wie auch immer. Irgendwas. Hä? Vielleicht stehen wir nicht exakt genug. So, jetzt passt auf. Und ein Foto war irgendwie beim Friedhof, dürfte das sein. Aber außen. Aber war da nicht noch ein Foto, wo ich mir gedacht habe, das könnte der Park sein? Das da. Das könnte auch der Park sein, aber wo? Irgendwo von außen an der Straße. Kann man echt schwer erkennen, oder? Das könnte überall sein. Okay, es gibt ein Patent und Gerüchte, aber offiziell plant Sony nichts. Na gut. Ich meine, so Patente müssen wirklich nichts bedeuten. So viele Firmen haben, erneuern für alles ihre Patente, nur damit sie sie einfach mal haben, ohne wirklich konkret was zu machen damit. Oder einfach mal so Experimente irgendwie sich zu sichern für den Fall. Das muss wirklich nichts heißen. Da gäbe es genug Beispiele für unbenutzte Patente. Gerade was so berühmte Lizenzen angeht, ist das im Grunde ständig so. Ich habe leider keine Ahnung. Es sieht schon so aus, als wäre es der Park, oder? Aber... Da ist auch echt kein Hinweis zu sehen, der einem irgendwie helfen könnte. Aber auch der Zaun stimmt schon ziemlich perfekt überein. Aber wo muss ich stehen? Ich gehe mal davon aus, dass der ganz rechte Pfosten ein Eckpfosten ist. Ich weiß es nicht, aber ich gehe mal davon aus. Weil dann gäbe es ja eh nur vier Möglichkeiten, wo man stehen müsste. Zumindest so ungefähr. Das war hier irgendwo. Es erscheint kein blaues Ausrufezeichen über seinen Kopf. Sieht auch nicht wirklich von den Bäumen her so aus. Der große Kerl steht da wirklich die ganze Nacht im Park, oder wie? Der steht da immer noch. Verrückt. Da steht ein relativ großer Baum. So einer wie der hier in Sichtweite. Vielleicht ist es das Eck hier. Ja, das ist es tatsächlich. Cool. Nice. Ich glaube, ich gehe noch schnell Bienen im Park erschießen. Viele brauchen wir dann nämlich gar nicht mehr. Wie viel? Sechs, glaube ich, oder? Sechs Killer-Bienen. Schwärme erschießen. Was ist denn das Friedhof-Foto? Genau, das können wir dann auch gleich noch machen. Hallo? Kommen die nachts nicht raus aus ihrem Nest vielleicht, oder? Na, vielleicht gibt es nachts keine Killer-Bienen. Naja. Dann gehen wir wenigstens noch den Friedhof fotografieren. Das ist auch wieder ein Eckpfosten irgendwo. Da müssen wir nur rausfinden, welcher. Nee, die, diese Mausolien gucken in Richtung Pfosten. Also der kann es nicht sein. Das kann sein. Ja, der ist es auch. Cool. Cool. So, that's that. Wo ist denn der Wasserturm? Ist der zufällig in der Nähe? Was das sein könnte, weiß ich leider auch nicht. Aber der Wasserturm war doch auch irgendwo am Rand. Nee, aber der war gegenüberliegend, glaube ich, genau. Der war hier. Aha, warte mal, hier waren wir noch gar nicht. Das sieht aus wie Sumpfgebiet. Da gehen wir zwar heute nicht mehr hin, weil es schon dunkel ist, aber, mhm, theoretisch. Interessant. Naja, ich glaube, es wird Zeit, dass wir uns Richtung Hotel aufmachen. Heute machen wir nicht mehr viel. Speicher aber vorher und hoffe, dass die Story nicht zu sehr vorangetrieben wird. Ja, dieser Hauptkuss, die wir im Hotel quasi wahrscheinlich zwei Uhrslaufig auslösen. Oh, 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 oh. Hey, Zack, hat's given us far more favor that would have been its fate. Instead, it traveled from person to person until it finally fell right into our lamp. Things always work out that way for us. We've traveled all over the United States trying to track down Sand Rouge. We can't let this chance pass us by, can we, Zack? We need to find some sort of clue before this southern sun melts it all away. Na dann. Achso, ich wollte vorher speichern. Nur für den Fall, dass ich jetzt durch die Tür gehe und dann heißt Snip-Mission 1-115 gescheitert. Ich würde mich gerne hier hinsetzen und ein Foto machen.